hallo und herzlich willkommen zu rosen liebe 2 hier ist der alex der bigl wie geht es euch so von konnte ich noch nicht speichern aber jetzt dann mache ich das doch jetzt immer gleich brauche ich nicht so dann schauen wir mal weiter du hältst du hältst die schnauze habe ich gesagt ach dieser müll wieder aber da ich ja das rätsel das problem so du scheiße unsere büten auf unsere aktuellsten videoforschung genießen sie unsere auswahl gesunde nahrungsmittel Oh nein! Hasta la lista! Baby! Oh nein! Nadelkartuschen! Was ist... Was ist das denn? Wofür brauche ich die? So etwas war er! Aaaaah ok! Taffi ok! Da ist ein bisschen Ketchup. Oh mein Gott. Oh Gott, war das schlecht. Bleib unten. Oh Gott. 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 Oh. Oh Gott. Oh. 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 Oh.